willkommen zu einer neuen folge von minecraft hardcore mit dabei wie immer jonas ja gut so für diese folge haben wir uns was besonders überlegt laut unserer to do liste haben wir ja jetzt kann ich mal kurz schauen danke fürs schlagen noch mal das ist unsere to do liste haben wir jetzt die erste eisenrüstung hergestellt jeder hat unsere hat seine eigene eisenrüstung und als nächstes steht halt an die erste richtige höhentur wir waren zwar schon hier und da mal kurz in der höhle drinnen aber es war trotzdem keine richtige höhentur und das stelle ich mal kurz hier hin ich höre wissen ob man hier durchschlagen kann schon mal beim warte bei glas ist das glaube möglich aber wir haben hier keine zwei doch hier ja aber dann müsste ich mal zwei dann hatte jetzt doch nicht okay hätte sein können er sieht unschön aus aber ich wusste dass dieser satz kommt so auf jeden fall haben wir jetzt die steht jetzt die erste richtige höhentur an und das darum können wir uns ab sofort wir bräuchten eine eisen picke joa wir haben ja noch haben wir noch ein bisschen eisen nicht brennen gerade ok macht jeder hat sich einen eisenpöcher weil ein eisen ist hier im ofen noch weißt du übrigens in der kiste kein ofen ja sorry was für das hier oben nervt mich so brutal wie viel essen hast du also wie viel steaks 22 ok nimm mal die hälfte also nimm mal die ofengartoffeln da raus die da noch drinnen sind ich habe die hälfte rausgenommen passt so ich mache mir schon mal eine eisenpöcher schmiedekunst die toll zum wissen eventuell muss ich noch mal hier und da noch ein bisschen holz holen hier ist nämlich nur 29 eiseln und sollte ich die hälfte raus so eisenpöcher und steinpöcher haben wir jetzt ja was ich vergessen habe ist der schmiede rausnehmen weil ich ja sonst spiele so passt ok gut dann sind wir ausgerüstet ich habe noch mal kurz drei stein schwert man es geht nämlich durch kaputt ok ich würde sagen betten nehmen wir mit als wir einen tag haben wollen da habe ich immer dabei wunderbar wobei wir dann hier unseren dings hingehen ich würde sagen wir suchen uns eine richtige höhle ok dann los da ich auch noch mal zwischen deutsch ein bisschen holz mitnehmen möchte ich habe noch kurz was im inventar gemacht ich nehme mir einfach mal so ein baum noch mit und schauen wir mal in die erzbeste höhle wird gerade nacht ja es wird gerade nacht nein doch echt ja die sonne geht unter aber das musste gerade sein hier denn es ja gut es ist eine hardcore welt bedeutet da ist das ja ähnlich so schlimm so hier sagt das reicht so bist du hin hallo hause hier bin ich da oben schauen wir mal ob wir ja ja aber ich habe auch gerne vor der bekommen gibt das ruhig auf wenn wir denken zur wüste und da mal schauen ob da irgendwo eine hölle ist ja warte denn es war da oder ich wollte habe wurde gerade angeschrieben wer hat mich jetzt hier angeschrieben ich habe den erst mal kurz eine verwandlung gegeben aber wir schlafen ja genau genau bevor jetzt sicher und wird man zu kommen wo du hast schon drei erfolge hier gemacht ich habe ich habe schon mehrere erfolge ja wie viele erfolge habe ich ja auch schon ein paar wo kann ich denn meine erfolge sehen escape und dann erfolge ach so ja ich habe fangen an zu ackern fortgeschrittenes handwerk glück auf glaube ich oder glück auf habe ich nicht doch ganz schön viele sogar ja gut gehen wir weiter das sind doch nur ein paar löcher im boden hier geht es weiter komm her hier sieht es noch besser aus dann würde ich sagen hier oder jo was gut auf ich brauche diesmal ja also eisen brauchen wir uns nicht so drauf fokussieren oder ich würde trotzdem eisen mitnehmen und pass gut setzt bitte auch fucking hin warum ich brauche keine fackeln ja aber ich möchte dass man später nicht noch mal in dieselbe höhle reingeht damit man ich habe keine fackeln dann komm her kurz ja ich warte und außerdem wenn wir jetzt hier die höhle erkunden ich habe keine lust dass ich hier deine gänge erkunde kriegst die hälfte von mir muss dann auch immer blöcke hin platzieren von mir aus kannst du auch aber man kann macht eignet sich besser weil es möchte ich jetzt hier runter gut das ist was ich sehen ob es wir gehen wollen wir uns aufteilen oder lieber zusammenbleiben jetzt sagen aufteilen oder ich wurde auch angeschrieben ich habe eine mine ja nice ja wo bist du ja ich bin immer noch hier am upfarm hier wo wir gerade waren ich komme zu dir ich komme zu dir siehst du mich glaube ja aber hier ist alles dunkel hast du ja fucking hingesetzt ja hier bin ich okay also auf der unten ist eine hexe oh hexen die sind extrem gefährlich in minecraft und enderman habe ich auch gehört okay ich lasse dich mal zwei zwei creeper den anderen habe ich gar nicht mitgekriegt enderman nicht anschauen nicht anschauen bloß nicht anschauen weil gift bin da müssen wir auch weg gehen die können uns jetzt vergiften weil wir auf schwer gestellt haben dennis ich bin dafür dass wir den enderman angreifen nein nein auf keinen fall doch ich greif dich jetzt an nein stirb aber bitte nicht oh so er hat mir nur 1 hp schaden gemacht trotzdem herzbruchern ich habe mit enderman schlechte erfahrungen in minecraft hart ja weiß ich ja hab ich gesehen ja naja habe ich da so ein bisschen psychische störungen schon fast ja dann lass jetzt aufteilen hier jo ich schau mal die normalen hüllen hier nochmal an lava da ist nix weiter ok oh hier gehts noch weiter runter und vergiss nicht fucking zu sitzen achso ja welche höhe bin ich denn ich bin doch für 11 11 ist eigentlich ganz gut für die jetzt oder ja äh hexer weg von der habe ich habe ich gekillt habe ich gekillt was ich gehe auf alle mobs drauf ist egal ich und play die schon ja das problem ist einfach wenn du eine vergiftung abbekommst von der ja dann hast du erstmal 30 sekunden vergiftung bis und das geht bis auf ein halbes herz ja ich weiß bedeutet da musst du dich dann erstmal einbauen ein hit von der spinne oder von dem zombie und du bist weg ja ne ich habe langsamkeit bekommen ich wollte gerade sagen ich habe es jetzt bekommen äh brauchen wir gold ja nimm mit für gold da bist du nämlich auch alles mit hier brauchen wir für einen schaden genau mini zombie wo ist er also ich mache es so ich taste mich ganz langsam ran immer nur ganz langsam gehe ich voran und bist du ich vergesse die ganze zeit fucken zu setzen ist mir auch egal jetzt ach das ist aber doof weil ich auch in der mine bin ach ne hier habe ich fucken gesetzt wunderbar oh my gosh ich brauche mal kurz ein paar blöcke so runter gehe ich nicht hier gibt es noch einen gang in gang in gang ja hier hat der ein spinnenleben drin ist ja kippe lieber mal von hinten absichern nicht dass irgendwie ein creeper von hinten kommt das tun sie nämlich auch sehr sehr gerne das tun sie nämlich auch sehr sehr gerne ich bin so aufmerksam gerade ich bin so konzentriert mal mein schatz kaputt gegangen zum glücker ich noch ein zweites dabei oh mein gott denn das was denn zwei drei skelette und einen creeper ach so ich nenne aber ich hab sie trotzdem genommen und ich habe zwei bürgen bekommen schon ja nice dann können wir ach ne nicht die eisenpicker wassen und fucken sind halt auch nochmal gut in den gangen doch keine mann jetzt bin ich und da war gewesen kein scheiß ne ne ich war nur kurz dran ach so äh was ich sagen wollte und fucken sind auch deshalb gut damit da keine monster mehr spawnen wenn wir da nochmal lang gehen wollen naja ich strip mein jetzt hier ein bisschen wartet bedenke allerdings auch wenn du irgendwo woanders wo du wo wenn du irgendwo woanders mal rauskommst an der oberfläche denk dran du musst dann auch irgendwie selbstständig dann zu mir finden oder zum haus finden damn shit ich kann dir aber dann auch helfen von den koordinaten her ja gar nicht dran gedacht ja mein das war's komplett jetzt oh dennis ja x-ray ist doch erlaubt oder äh 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 ja okay äh 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 und wenn dann bei mir ist eine höhle äh äh können wir gut gebrauchen vielleicht für hier tränke oder so ja oder später für stärke tränke beim links in der dragon das ist ja auch unser ziel sozusagen unser erstes großes ziel unser nächstes ziel ist erstmal die diamant rüstung weiter weiter da ich hier noch auf die mandebene oh mein oh mein fetter lavasee bei mir und ich hab'n spawner ui bei eisen paar fäden gunpowder boah die fledermaus hat mich gerade so erschreckt erschrocken heißt es oder so und ich hab'n noch ne mine dennis alter nice bist doch krank oder ja so ich hab' jetzt auch schön viele blöcke dass ich da auch hochkomme und ich baue nur in sneaken mein gott bei mir hat's einmal kurz geleckt grad wo ich gebaut habe und ich hab'n so schräg gebaut ich dachte das war's jetzt mit mir ja weil unter mir ist grad'n komplett heftiger lavasee ich bin gerade in der schlucht oh mein gott ich hab'n spinnen spawner oh das sind giftige spinnen schön aus der wenn du sie angreifst aus der distanz und immer weiter äh nach hinten absichern ja komm ich wag' jetzt einfach den kampf kommt her so erster down das ist eine normale spinne das ist eine besonders hässliche spinne ich weiße dann das ist alles das ist ein bisschen kein Herzraser ich habe eine Troja gefunden das ist da eine Hexe? ich habe zwei Hexen gefunden oh ich sehe deinen Namen da hinten wo? ich bin weiter tiefer ich sehe deinen Namen nicht ich habe Zucker gefunden Glowstone habe ich Melonenkerne sonst eine Scheiße oh hast du das gerade gehört? ja habe ich da bist du genau unter mir gerade ja hier in der Höhle warst du schon ich sehe einen Gang von dir Dennis? ja ich war gerade im Copac dann kam ein Creeper vorbei noch bist du nicht tot noch nicht ich renne aber gerade um ein Leben im Skelett nein oh ich helfe dich erstmal du hast übrigens Diamanten übersehen ich war in noch keiner anderen Höhle aber passt schon doch beim Stripmine hier hast du Diamanten über dir übersehen echt jetzt? ja das ist echt traurig ne 6 Uhr wie viel? jetzt bin ich vergiftet fuck kommt auf einmal wie lange du vergiftet bist notfalls einbauen ne ne war nur 5 Sekunden ok na Creeper was geht das das oh ne ist der Creeper down ah 6 Sekunden Vergiftung fuck Dennis ich komm bin gerade auf dem Weg zu dir ok ich bin gerade auf deinem Weg zum bisschen hinterher gegangen ah da hi hi ich komm zu dir hoch pass bitte auf das oben kein Mob ist oder so oben ist kein Mob komm hoch ok ich hab alles aufgeräumt ich muss also kurz schauen ok weißt du was ich jetzt eigentlich hätte einfach machen müssen mich da rein schubsen ja war klar ja Projekt beendet Ebene 22 sind wir ja ich schau auch so ein bisschen hier nochmal rum gehts hier runter geh mal hier lang hier gehts nämlich auch in die tiefe Sicht was ich sehr sehr gut finde ich hab die nächste Mine Dennis nice und da hier sind so viele Mobs ein Creeper ja danke Creeper ich hab mit dem Creeper so perfekt gespielt na ich hab den Creeper alle Mobs töten lassen ha ha geil ja die Hexe hat ihren fucking Vergiftungstrank daneben geworfen du Peach äh das bist du wer du denkst alter ne Hexe denkt sie ja mein Inf ist voller shit meins geht eigentlich ach hier warst du schon hier sind fucking geplaced oh sorry oh da gehts immer hoch ich geh erstmal hier lang übrigens wir brauchen uns um Eisenspitzhacken und so keine Sorgen mehr machen ich hab 50 Eisen Erz ja ich bin erst auf der Suche nach Diamanten ja ich hab am Anfang viel Eis ach ja bin ich wieder bei meinem Weg wo ich schon gestript meint habe ja ne auch runter oh alles geht ich geh mal in eine andere Richtung so aber hey wir haben schon mal 6 Diamanten besser als nächster genau wie lang geht die Aufnahme eigentlich schon 20 Minuten ja da kommt das immer alles so lang also so so wenig vor ja die Zeit vergeht halt schnell ja wenn man was zu tun hat sowieso genau so ne Höhentour die ist halt auch sehr spannend gerade so jetzt ich finde Minecraft Hardcore hat ne Höhentour nochmal ein anderes Feeling als normalen Minecraft ja weil hier passt man wirklich auf mit dem Schritt also ich schaue mich zumindest hier so häufig nochmal um ich nicht oh ich hab nochmal Diamanten voll gg das ist mal hier die Lava also ich strip meinen gerade auf Höhe 12 ok na passt doch aber ich hab gleich keine pickaxe mehr stimmt ich hätte dir Holz geben sollen ich hab Holz achso ja gut aber keine doch ich hab auch Sticks weißt du hast nichts bekommen oh da bist du moin hi guck mal wer hier kommt ich bin grad am Übergang von wo ich bin grad am Übergang von wo ich sehe keinen Namen es ist nicht abbauen ach da da ja ähm moin mein Schwert ist auch kaputt ja nice alles kaputt von mir hi ok hier ist ein wütender Enderman übrigens ich habe 5 Dears bekommen der Enderman hat sich weggepeat Dennis ja brauchst du grad deine Hilfe hier sind so viele Mobs und ich werde es nicht schaffen zu überleben ja der Enderman kommt jetzt auch noch ich hab den Enderman Dennis ich plus ne Ender Perle versuch einen anderen Weg zu nehmen also hier gehts nur in die andere Richtung ich bin nochmal weg Sia Nerds ich stehe hier nicht safe hier ist Lava bau dich notfalls ein Jonas einbauen notfalls bis sich die Mobs beruhigt haben ich muss auch erstmal zusehen wie ich zu dir komme bau ich doch einfach runter wo wirst du denn jetzt also die Mobs können jetzt gerade eh nicht zu mir ok ich bau mich zu dir ich bau mich zu dir da bau ich ein bisschen ich weiß nicht ob du meinen Namen siehst ja da ok der eine Zombie ist jetzt bei mir ok bau dich einfach straight runter kannst dich einfach straight runter bauen achso ok hier ist nix hier ist nix ich steh doch unter dir hallöchen hast du noch ne Wackel? setz mal bitte danke stell dir mal Werkbank auf bitte jo jo brauchst du noch Holz? ne ich hab fünf Stück ja ich mach mir jetzt ne Eisenschwert nice ich hab dir ja trotzdem nochmal Holz gegeben vielleicht nicht geklappt bekommen vielleicht nicht geklappt bekommen darf ich mal jetzt nochmal zwei Stein picken ja zack 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 hopp so dann können wir weiter jo guck hier sind nämlich die ganzen Mobs von denen ich erzählt hab ja warte ich muss kurz was wissen so so den Rapper hab ich den Zombie hab ich weißt du hast einfach Reiner ins Getümmler ja wieviel hat's denn Schaden hast du bekommen? für vier ok geh du da weiter? ich denk mal sind kann hier ist nix ok hier hast du dich schon gebaut? ok nein da war ich noch nicht da war aber Kobbel ja aber weiter hab ich noch nicht geguckt achso ja gut hab ich einfach nur um mich safe zu bauen gemacht jo alles gut darum guck ich da jetzt auch weiter ja wahrscheinlich eigentlich nicht so dass hier was ist so die Aufnahme ist dann übrigens auch gleich vorbei DIAS ja nice alles ein Glück hab ich mich hier hingebaut nice eins zwei drei vier fünf da kann man wirklich diese Höhentour als bisher als sehr erfolgreich einstufen ja ich hab hier auch nochmal einen großen Bereich gefunden wo auch nochmal dir sein könnten bedeutet da würde ich dann gerne in der nächsten Folge dann weitermachen ich weiß nicht ob du dann zu mir kommen willst oder ob du da auch noch ein bisschen was hast ne ich komm grad zu dir ok komm hier einfach mal rein ja es ist noch eine große Höhle so hi wir werden uns hier erstmal kurz niederlassen auch nicht weiter gehen damit wir wissen wo wir kommen lass uns hier einbauen jo so komm hier rein so ähm hier oben noch sicherheitshalber schließen und ne vergehen so komm rein ach du das reicht doch dass wir auch ein bisschen bewöhung sind nein so wunderbar gut meine liebe Freunde ich hoffe mal ihr saßt genauso wie wir vom PC so völlig am spitzen und voller Gespanntheit weil das war crazy heute und beim nächsten mal geht es dann weiter mit der Höhentour werden ich bin sehr gespannt ob wir beide hier überlebend rauskommen werden also am leben halt wirklich ja bis nächstes mal viel spaß euch noch ich hab wieder ein bye bye und haut rein schönen Tag euch noch пятños ja ich bin mal ich bin mal